Hallo und heute einmal ein etwas ungewöhnliches Format, einen Gastbeitrag im Video und nur als Audio. Es geht um einen Artikel von Dirk Maxeiner, dem Geschäftsführer der Achse des Guten, des großen Portals und den Dirk schätze ich außerordentlich, ein hochprofessioneller Kollege und ein ganz lieber Mensch und er hat einen Artikel geschrieben mit der Überschrift die Vertreibung des Boris Reitschusters. Wenn ich von mir erzähle, das mache ich eher ungern, wenn das aber er erzählt, dann denke ich, kann ich das hier bringen. Das ist sehr spannend, der Text und er hat natürlich jetzt noch eine Ergänzung, weil als er den geschrieben hat, war das noch nicht klar, warum die Polizei mir hinterherstellt und es gibt jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen mich wegen eines Gastbeitrages auf meiner Seite. Der soll eine Aufforderung zur Fälschung von Impfpässen gewesen sein und Angefährdung des öffentlichen Friedens. Ich sehe das überhaupt nicht so. Die Anwälte, denen ich das gezeigt habe, die sehen das auch überhaupt nicht so. Aber naja, ich kommentiere es jetzt nicht weiter, auch auf Anraten meiner Anwälte. Das ist natürlich etwas, was durchaus eine gewisse Wirkung entfaltet, vor allem wenn dann die Polizei bei der Familie sich meldet und dergleichen mehr bei Freunden bzw. hier dem Hausmeister, mit dem ich befreundet bin. Aber lassen wir das jetzt. Ich lasse mich nicht unterkriegen, das verspreche ich und euch ganz herzlichen Dank. Hört euch den Text an und ganz herzliches Dankeschön an den Dirk Maxeiner. Die Vertreibung des Boris Reitschuster von Dirk Maxeiner Boris Reitschuster wurde in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Journalisten in Deutschland und das im Selfmade-Verfahren jenseits der etablierten Platzhirsche. Jetzt wird er zersetzt und aus Deutschland vertrieben und kein Kollege springt ihm bei. Was für ein Armutszeugnis für dieses Land. Vor ein paar Wochen saßen wir bei herrlichem Sonnenschein auf meiner Terrasse in Augsburg. Ich wohne in Augsburg. Boris Reitschuster stammt aus Augsburg. Eltern und Verwandte leben hier. Er ist eine treue Seele und kommt gerne in seine alte Heimat zu Besuch. Manchmal verbindet er es mit einem Auftritt oder einem Vortrag in der Gegend. Mit Letzterem gibt es immer häufiger Ärger. So erzählte er mir von einem geplanten Streitgespräch in den Räumen der CDU-nahen Hans-Seidel-Stiftung in München. Die CSU versuchte das zu verhindern. Motto, keine Bühne für Reitschuster. Reitschuster wurde in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Journalisten in Deutschland. Und das im Selfmade-Verfahren jenseits der etablierten Platzhirsche. Seine Seite reitschuster.de und seine Videos und Livestreams von Corona-Demonstrationen und der Bundespressekonferenz haben Kultstatus. Reitschuster tut das, was andere längst nicht mehr tun. Kritisch berichten, da, wo es besonders weh tut. Oder da, wo die anderen absichtlich wegschauen. Entsprechend sind seine Reichweiten. Reitschuster erreicht Millionen Menschen. Und das mit geringsten Mitteln. Der Mann fuhr mit dem Fahrrad zum Livestream oder zur Bundespressekonferenz. Der Zuschauer sitzt gewissermaßen auf dem Gepäckträger. Es wackelt und wird improvisiert. Wahrscheinlich ist genau das der Charme von Reitschusters Berichterstattung. Er brennt für sein Thema. Man glaubt ihm. Und das nehmen die mit den Massagesitzen im Audi A8 übel. Sehr übel. Ganz abgesehen von denen, die es gewohnt sind, kritische Berichterstattung auf dem kleinen Dienstweg abzubiegen. Meist ist das aber gar nicht erforderlich. Der mediale Furor richtet sich nur noch in Ausnahmefällen auf die herrschende Klasse. Stattdessen belegen die einstigen Sturmgeschütze der Demokratie Leute wie Reitschuster mit Dauerfeuer. Und die neuen Feindbilder wissen oft gar nicht, wie ihnen geschieht. Reitschuster sagt häufig und nachdenklich den Satz, ich wüsste gerne mal, was ich eigentlich verbrochen habe. Als ich ihn das erste Mal traf, war er gerade aus Moskau zurückgekehrt, wo er als korrespondentes Fokus hervorragende Arbeit geleistet und sich, was sonst, unbeliebt gemacht hatte. Die Klaviatur der Schikanen eines totalitären Regimes gegen Journalisten, Informanten und Dissidenten konnte er mir aufs Anschaulichste erläutern. Reitschuster ist ein jungenhafter Typ. Er erinnert mich in seinem Gerechtigkeitssinn an einen ehemaligen Schulkameraden, der wegen seiner jugendlichen Aufmüpfigkeit immer wieder schlechtere Noten riskierte. Eigentlich war mein damaliger Kumpel Klassenbester, aber nur eigentlich. Als besonders begabtes Exemplar machte er aber trotzdem ein ganz gutes Abi. Es wurde ihm nicht geschenkt, er hat es ertrotzt. Große Apparate mögen solche Menschen nicht und Minderbegabte mögen solche Menschen auch nicht. Nach seiner Rückkehr aus Moskau spürte Reitschuster durchaus schon den in der Merkel-Zeit immer enger werdenden Korridor für das, was man in Deutschland sagen durfte und was nicht. Im Gespräch blitzte aber noch deutlich die Hoffnung auf, dass man dagegen etwas tun könnte. Inzwischen wirkt er wie Sisyphos, der allmählich müde ist, den Stein täglich aufs Neue den Berg hinaufzurollen. Kaum ist die eine Schikane gegen ihn halbwegs unter Kontrolle, kommt die nächste ums Eck. Aktuell hat die nunmehr vierte Bank ihm das Konto gekündigt, offenbar auf politischen Druck hin. Man lässt nichts unversucht, um Boris Reitschuster aus dem Kreis der tolerierbaren Meinungsbildner auszuschließen und ihn wirtschaftlich zu vernichten. Besonders übel genommen hat man ihm seine Corona-Berichterstattung. Er verbreite Verschwörungstheorien, hieß es. Inzwischen haben sich diese Theorien allerdings zum größten Teil als zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit erwiesen. Und es wird noch viel mehr herauskommen. Reitschuster ist an die offiziellen Corona-Verlautbarungen und die darauf basierende Berichterstattung von Anfang an mit der gebotenen Skepsis herangegangen. Zur Belohnung wurden seine YouTube- und Facebook-Kanäle immer wieder gesperrt, sein LinkedIn-Account gelöscht. Ich kann das hier gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Das Ganze wirkt wie aus Erich Mielkes Zersetzungsrichtlinie und ist in vielfacher Hinsicht ein Armutszeugnis für dieses Land. Reitschuster ist ein Einzelkämpfer, der durch so etwas naturgemäß besonders verwundbar ist. Immer neue Schikanen bedingen immer neue Abwehrmaßnahmen. Das bindet Zeit, kostet Nerven und Geld und hält die Betroffenen von ihrer eigentlichen Aufgabe, der Berichterstattung, ab. Und so warf man Reitschuster mit fadenscheinigen Begründungen auch noch aus der Bundespressekonferenz hinaus, was einem Arbeitsverbot gleichkommt. Ausgerechnet den Mann also, der dieser sklerotischen Veranstaltung wieder Aufmerksamkeit bescherte. Ganz nebenbei bemerkt, auch einer der profiliertesten deutschen Publizisten, Henrik M. Broder, wurde nicht in die Bundespressekonferenz aufgenommen, weil, so die hanebüchende Begründung, er irgendwie kein professioneller Journalist sei und seinen Lebensunterhalt nicht damit bestreite. Auch junge Nachwuchsjournalisten aus der Redaktion von Roland Tichy sollen mit durchsichtigen Manövern aus der Bundespressekonferenz draußen gehalten worden sein. Man will offenbar in der intellektuellen Gruft namens Bundespressekonferenz unter sich bleiben. Die offizielle Begründung für Reitschusters Rausschmiss lautet übrigens, dass er seinen Wohnsitz in Montenegro genommen habe. So funktioniert das inzwischen in Deutschland. Erst schikaniert man einen Journalisten in diesem Land, bis er sich nicht mehr sicher fühlt. Reitschusters Familie, seine Frau ist russische Jüdin und er hat zwei Töchter, wurde immer öfter in Sippenhaft genommen. Reitschuster beschloss den Wegzug aus Deutschland, um seine Familie zu schützen. Und dann wirft man ihn aus der Bundespressekonferenz, weil er nicht mehr hier wohnt, so als gäbe es kein Internet und keine Flugzeuge. Reitschuster und seine kleine Familie sind Vertriebene. Und sie sind, so befürchte ich, erst der Anfang. Reitschuster hat lediglich besonders schnell darauf reagiert, wie der Hase inzwischen läuft. Was ist das für ein Land, in dem kritisches Talent vertrieben wird, wobei die mittelmäßigen Lokalmatadorer auch noch hinterherfaxen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kein einziger Journalist aus dem Establishment und kein einziges großes Medium sprang Boris Reitschuster zur Seite. Einzig sein einstiger Mentor, der Fokusgründer Helmut Marquardt, lieferte ihm ein positives Testimonial. Den anderen fehlt entweder die Courage oder der Wille. Und vor allem das Gespür dafür, dass es hier um mehr als Reitschuster geht. Was für ein Armutszeugnis. Lieber Boris Reitschuster, es ist ein schwacher Trost, aber es wird sich erneut beweisen. Länder, die kritische Geister vertreiben, haben selten ein gutes Ende genommen. Machen Sie weiter. Sie sind jung genug. Ja, nochmal danke an Dirk Maxeiner für den Text. Ja, wenn ich mir das selber so anhöre, dann denke ich mir selber, hallo, passiert das alles mit mir. Aber wie ihr seht, ich lasse mir meine gute Stimmung und meinen Optimismus nicht verderben. Und der Dirk hatte im Gespräch auch noch die Idee, da sagte, Mensch Boris, du musst ein Buch schreiben über das Ganze. Und ich arbeite schon so 18 Stunden, sieht man mir auch oft an, wie müde ich bin, mache so schon Fehler, weil ich müde bin. Einerseits sage ich mir, um Gottes Willen, nur nicht noch ein Buch, das ist zu viel. Andererseits, viele haben auch geschrieben, ja, fänden sie toll. Schreibt doch mal eure Meinung, was ihr meint. Also ich würde ja deswegen nicht aufhören zu arbeiten. Ich würde vielleicht nur statt 5, 6, 7, 8 Artikel am Tag auf der Seite, wären es vielleicht 1, 2 weniger. Ja, eure Meinung würde mich echt interessieren. Und vielen Dank für alles, für die vielen tollen Zuschriften, total motivierend, auch für die Unterstützung, auch für die Überweisungen. Das stärkt ungemein den Rücken, das gibt Kraft und das hilft weiterzumachen. Alles Gute, danke, ciao. Bis zum nächsten Mal.